Guillaume-Wilhelm René de Lom, Senior de Courbiere, war ein preußischer Generalfeldmarschall französischer Herkunft sowie Generalgouverneur von Westpreußen. Er wurde berühmt durch die Verteidigung von Graudenz im Jahr 1807 und durch das Bonne-Moeil-Existe-Eon-Chor-Unroy de Graudenz. Leben, Herkunft Guillaume de Courbiere entstammte einer hugenotischen Adelsfamilie aus der Dauphine, die nach der Aufhebung des Edikts von Nantes wegen ihres protestantischen Glaubens ihre Heimat in Frankreich verlassen musste. Er war der Sohn des in holländischen Diensten stehenden Majors a Alexis Baron de Lom de Courbiere und dessen Ehefrau Angencia geborene Rydas. Wie sein Vater stand Courbiere zunächst ab 1746 beim Infanterieregiment d'Eil war in holländischen Diensten und erwarb im österreichischen Erbfolgekrieg bei der Verteidigung der Festung Bergen-OP-Sum gegen die Franzosen seine ersten militärischen Erfahrungen. 1753 wurde er pensioniert und lebte in der Folgezeit in Beuys-le-Duc. Am 1. April 1758 trat er dann als Ingenieurkapitän während des Siebenjährigen Kriegs in die Dienste König Friedrichs II. von Preußen, der ihm das Kommando über eine Kompanie des Freibataillons von Meyer verlieh. Nachdem er sich 1758 bei der Belagerung von Schweidnitz ausgezeichnet hatte, beförderte ihn der König als erst 25-Jährigen am 20. Oktober dieses Jahres zum Major und gab ihm das Kommando über das Freibataillon Coligno. Nachdem er sich mit dieser Einheit 1759 bei der Verteidigung von Herrnstadt gegen die russische Armee unter Marschall Saltykov erneut ausgezeichnet hatte, wurde er außer der Reihe am 6. März 1760 zum Oberstleutnant und Chef dieses Bataillons ernannt. Nach der Belagerung von Dresden 1760 erhielt er den Orden Pour-les-Merit-Nibs-Bendgeld von 100 Goldstücken. Bei den Schlachten bei Lignitz und Thurgau sowie bei anderen Gelegenheiten erwarb Corbiere sich weitere Verdienste. Nach dem Ende des Kriegs war Corbieres Freibataillon die einzige preußische Einheit dieser Art, die nicht aufgelöst wurde. Er selbst wurde 1763 zum Kommandanten von Emden ernannt, wo er auch heiratete. Hier befreite er den wegen der Session inhaftierten Schriftsteller Johann Gottfried Säume aus dem Gefängnis, nahm ihn als Privatlehrer seiner Kinder an und war ihm ein hochherzig mitleidiger Vorgesetzter. 1771 rückte er zum Oberst auf, beteiligte sich an der Aufstellung von Physilie-Einheiten. Er hielt 1780 den Rang eines Generalmajors und 1780 den eines Generalleutnants. Während der Revolutionskriege gegen Frankreich kommandierte er die preußischen Garten, nahm 1792 Verdun, entschied 1793 die Schlacht bei Pirmasens und befehligte 1794 ein Armeekorps. 1798 wurde Corbiere General der Infanterie und bei der Revue am 5. Juni 1802 in Königsberg zum Ritter des Schwarzen Adlers Ordens geschlagen. Friedrich Wilhelm III. ernannte ihn am 23. Mai 1803 zum Gouverneur von Graudenz. Obwohl Corbiere ein typisches Beispiel für die Überalterung und Vergreisung des preußischen Offiziers Cor war, stellte das Verhalten des 74 Jahre alten Generals beim Zusammenbruch Preußens nach der Niederlage in der Schlacht bei Jena und Auerstedt am 14. Oktober 1806 im Vierten Koalitionskrieg eine der wenigen rühmlichen Ausnahmen dar. Während die meisten anderen preußischen Festungen ohne oder nach nur geringem Widerstand vor den Franzosen kapitulierten, verteidigte er Graudenz erfolgreich gegen Napoleons Truppen, die es vom 22. Januar bis zum 12. Dezember 1807 belagerten. Bekannt machte ihn nicht nur die Tapferkeit, mit der er die Festung trotz unzuverlässiger Truppen und schwieriger Versorgungslage hielt, sondern auch seine Schlagfertigkeit. Obwohl er nur gebrochen Deutsch sprach, beantwortete er die wiederholten Kapitulationsaufforderungen der Belagerer Derb und Deutsch. Erst nach dem Friedensschluss korrespondierte Corbiere mit seinen Gegnern französisch. Napoleons Adjutant General Severi schrieb nachdem Corbiere schon die dritte Aufforderung zur Unterredung abgelehnt hatte, Ich hätte vielleicht das Recht sie wie jene katalanischen Kommandanten zu behandeln, die, da sie ihre alte Dynastie anerkannten, trotz ihres Widerstandes unter das Joch mussten und zwar unter grausamen Bedingungen. Der Herr, dem sie zu dienen behaupten, hat uns alle seine Rechte überlassen, indem er uns seine Staaten überließ. Corbiere entgegnete, als ihm diese Stelle durch den französischen Parlamentär Oberstleutnant einem vorgelesen wurde. Votre General Mide-i-T-i-C-i-Q-U-I-L-N-Y-A-plus-un-Reu-D-Prusse-Pu-I-S-Q-U-I-L-E-Français-Und-O-Q-U-S-E-S-E-T-A-S-E-S-E-T-A-S-E-B-E-N-C-A-S-E-L-N-Y-A-plus-un-Reu-D-Prusse-I-L-Exist-E-On-C-Hor-Un-Reu-D-Graudens. Corbiere konnte Graudens bis zum Abschluss des Friedens von Tilsit erfolgreich halten. Er erhielt am 21. Juli 1807 den Rang eines Generalfeldmarschall und Generalgouverneurs von Westpreußen, blieb aber in Graudens, wo er am 25. Juli 1811 starb und im Festungsgelände bestattet wurde. In Emden heiratete er 1766 Sophie, geborene von Weiß, Tochter des ehemaligen Leerorterkommandanten Johann Caspar Julius von Weiß. Das Paar hatte neun Kinder, ihre Nachkommen gibt es noch heute. Ihr Sohn Ludwig Heinrich fiel in der Schlacht bei Großgirschen. Seine Tochter Caroline Juliane heiratete den Generalmajor Ernst August von Kamts. Der General war trotz eines Duellverbots mehrfach in Händel verwickelt. Seine Frau konnte wohl häufiger seinen Zorn bändigen, aber es sind zwei Duelle aus seiner Zeit in Emden überliefert. Davon eines mit einem Major Süßmilch, der nach Emden strafversetzt worden war und seinen Kommandeur schwer an der Schulter verwundete. Anschließend floh er in das benachbarte Holland. Das zweite Duell war mit einem bereits pensionierten holländischen Oberst. Ein schon länger schwelender Streit endete in einem Duell vor dem Nordertor. Das Duell endete für den General mit stark blutenden Wunden im Gesicht. Ehrungen Nach Delon de Kurbiere sind die Kurbiere-Straße in Berlin-Schöneberg und Emden sowie der Kurbiere-Platz in Berlin-Wedding benannt. Auch die Festung von Graudenz hieß zeitweilig nach ihm. Bis zum Ende der Monarchie trug auch das Infanterieregiment von Kurbiere Nr. 19 seinen Namen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017